Da gilt das Interesse Nathalie Santer. Noch eine Minute zehn Sekunden hat sie jetzt Zeit, um die vorläufige Westzeit von Corinne Njogre zu unterbieten. Glauben, ja, also da muss man sich wirklich die Augen reiben, sie lächelt, sie lächelt, dass das gesehen, Ginn-Margit Andreassen auch 0. Da ist ein Wunder geschehen. Nein, kein Wunder, Fleiß, Ehrgeiz, das sind die Argumente, die hier zählen müssen. Und das ist Nathalie zu vergönnen, so viele Jahre der Niederlagen, muss man sagen, vorne nimmt, damit Raum gewinnt. Sie ist halt eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Läuferin im Moment. Nathalie Santer, kurz vor dem Ziel, klar, die Bestzeit für sie, aus Toblach. 92 93 94